Der Preisalarm des Tages. Ja, das ist der Pannenhilfe bei der Pannenursache Nummer 1, nämlich leere Batterie. 43% aller Pannen laut ADAC werden durch eine leere Batterie betätigt. Und mit diesem kleinen Köfferchen, sage ich jetzt mal, können Sie sich selber aus der Bredouille holen. Und zwar sehen Sie hier, und das ist das Hauptteil natürlich, eine große Powerbank. Ein Anschlusskabel, beziehungsweise alle Anschlusskabel, die man braucht. Aber ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Powerbank. 8000 Milliampere Stunden hat sie. Und einmal eingeschaltet, sehen wir hier auch gleich den Füllstand. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Einerseits, mein Mobilgeräte damit laden, ganz, ganz klar. Andererseits, alle gängigen Laptops, weil da sind auch Adapterkabel dabei. Aber das hier ist für mich die wichtigste Option. Du kannst mit dieser Powerbank Starthilfe leisten. Und zwar mit einer Stromstärke von bis zu 400 Ampere. Und das reicht aus, um Benzinmotoren bis 3 Liter Hubraum zum Beispiel ausreichend mit Startstrom zu versorgen. Bei Diesel, die brauchen ein bisschen mehr, bis 1,5 Liter Hubraum. Und so was jetzt dabei, dann kann dich der Wind eigentlich gar nicht mehr schocken. Ich glaube, viele zittern jetzt schon vor den ersten eisigen Temperaturen, weil sie wissen, meine Batterie, die hat letztes Jahr schon rumgezickt. Und damit musst du eben nicht stundenlang auf den Pannendienst warten oder irgendwo per Telefon Hilfe mit einem Überbrückungskabel holen. Sondern das kannst du hier machen. Die Batterieklemmen sind natürlich im Lieferumfang enthalten. Und das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen bei einer leeren Batterie, ist ganz einfach Motorhaube auf, anklemmen, rot auf plus, schwarz auf minus und einschalten und dann starten. Und dann gibt Ihnen die Powerbank genügend Strom, um eben zu starten. Wer mal in den letzten Jahren Pannenhilfe hatte von einem der Pannendienste, die es gibt, die ja unglaublich schnell arbeiten. Aber wenn halt viele Aufträge da sind, was meistens bei Minustemperaturen passiert, dann muss man lange warten. Aber die kommen auch immer mit, also nicht mit Überbrückungskabeln wie früher, sondern mit solchen oder ähnlichen Geräten, um dann eben zu überbrücken, beziehungsweise diesen Impuls zu geben. Also wenn Sie vielleicht auch jemand in der Familie haben, gerade bei Anfängerfahrzeugen, die sind ja oftmals ein bisschen älter und sagen, oh, wer weiß, ob die Batterie noch geht. Ja, legen Sie das ins Auto. Für diesen Preis unglaublich günstig. Aber Sie denken bitte dran, es ist unser heutiger Preisalarm. Das heißt, dieser Preis gilt nur heute. Ja, und wir schauen uns mal den regulären Preis an bei den Kollegen bei Pöll.de. Und dort sehen wir, wir sind normalerweise hier bei Pöll.de bei 61 Euro. Also Sie sparen hier nochmal richtig in unserem Preisalarm des Tages, denn Ihr TV-Sonderpreis liegt hier und heute bei nur 49,99 Euro. Und das ist doch einfach mal was richtig Gutes. Damit haben Sie wirklich die Sicherheit auf Ihrer Seite. Wie gesagt, vielleicht eine gute Geschenkidee, aber auch für sich selber, um sich selber einfach weiterzuhelfen, ist das wirklich fantastisch. Mir gefällt auch die Powerbank mit den ganzen Anschlüssen, die hier noch fürs Notebook mit dabei sind, auch fürs Handy. Also damit ist man richtig gut ausgestattet. Und für den Preis, da würde ich auf jeden Fall jetzt direkt zum Hörer greifen und direkt bestellen. Also sich und seiner Familie die Sicherheit zu geben, dass man eben nicht mit dem Auto wegen einer leeren Batterie mal hängen bleibt. Übrigens, Scheinwerfer, Notblinklicht ist auch noch mit im Lieferumfang enthalten. Und auch wenn Sie keine Panne haben aufgrund der Autoelektrik, werden Sie diese Powerbank benötigen, um Ihre Mobilgeräte aufzuladen. 8000 mAh haben wir hier Kapazität. Und oder sogar Ihren Laptop unterwegs, ganz ohne Steckdose mal aufzuladen. Wie gesagt, da sind sogar die passenden 8 Adapterkabeln dabei, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es eben auch für Ihren Laptop genau den richtigen Anschluss hat. Also am besten jetzt direkt zum Hörer greifen und einmal die Bestellnummer durchgeben. Das ist die ZX-2905 und natürlich die 569. Und dann bekommen Sie hier in unserem Preisalarm des Tages unsere Notebook-Powerbank mit Kfz-Starthilfe. Und das hier und heute für nur 49,99 Euro. Also lassen Sie sich dieser Chance nicht entgehen und am besten, wie gesagt, direkt bestellen. Und dann viel Spaß damit.